also was das ist der kleine wasser ist ein block zu viel ein ein gestand ein der ständ schau dir mal kurz nach am besten das wasser wie ist nämlich nach vorne ich habe das nicht gesehen weil das immer zu schnell weg war 3 den ist das wasser nur jetzt gut doch geht doch das hat zwar keinen negativen effekt gehabt es hat aber immer nur genervt wenn man die ganze weggeblick gestoßen wurde und keine ahnung ich habe den blog eigentlich nicht hingesetzt warum ich irgendwo so noch was anderes statt level branding machen wir hier koppelstone grinding nächstes lieb bitte also da kommt ja auch ich brauche neue sound requests leute nachher abproben wie gesagt korax und du willst dass du auch ein paar hast du hast du hast du glaube ich auch meinen schätzt reihen kristig ohne dass du den zweiten tag bei firefox aufmachen kannst aufmachen musst oder so der schritt dort irgendwas was muss ich worauf machen bei shetty kannst du in dem du wenn du shetty hast kannst du bei unter channels joint channel kannst du dann noch einen zweiten channel aufmachen als tab das ist der der ist dann zwischenzeit kann man die erfe der bäume essen kann man dann habe ich zum beispiel deinen schild und meinen offen gleichzeitig und dann zieht man nämlich auch wenn da was geschrieben wird ich hätte wie dein schild noch hier auch so und daher ich finde das halt praktisch halt wenn man da zum beispiel zu zweit zu geben dass man dann bei shetty zwei stimmst als er sich aufmachen kann und so ein stück rechnen erst mal erst mal hinten weiter die ist ex messer spielen haben wir das weiß ich nicht ob das immer fall ist was reicht es dann wenn ich den in dem schätzt hier bleibe theoretisch ja oder ist nicht bist du groß fragen nicht nicht und ich habe sowieso an dass sie ob ihr joint oder die ist die ideen hier und mein daher eigentlich sollte ich in dieser ist er gar nicht auf sein weise gehe ich um eins schlafen aber heute meine ausnahme ich bin so nackt und erschwert hast du ein schwert ich habe schwert ich brauche doch momentan sowieso nicht so ich bin mein kraft mit das gleiche schätzt wird ach so stimmt ja habe ich ja ganz wichtig ein mod sagt mir das doch man das soll vergessen so jetzt schreibt mir irgendwas das müsste theoretisch mord sein auch nicht ich hoffe zumindest mal es ist noch immer bis ich habe außerdem fast die stellen die spielzeuge weggenommen müssen auch sein intelligenten club also bei mir wirst du noch nie angezeigt wenn ich ob im obs mal kurz gucken ob es hast du jetzt wieder mordrecht der ok anscheinend braucht ich hätte das noch ein bisschen um zu merken dass du damit bist nicht schon was in die lava schubsen lassen nein nein ich laufe ja mal zu weit nach vorne weil ich gierig bin und den kappelstern haben will typisch typisch klein es fühlte sich wieder stark nach der hausse sowieso ein schwer zwischenbeinen ja ich und meine ab 18 witze das fragen sich leute warum er nach einem smiley reingemacht hat weil es erst ein paar sekunden später bei ihnen ankommt ich weiß gar nicht leute wie ist denn eigentlich der delay momentan wird es einfach nicht meine messen sind auf der diele einer wasser kotz ist momentan weil ich habe den 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 kosten die leg glaube ich an ich mal testen würde wieder funktioniert aber es scheint auch nicht zu funktionieren von daher das ist voll so nun sieht die eigentlich gar nicht gar nicht so immer hier rein passt weil ich mal ist eigentlich fast nicht hier da weiß ich eigentlich nur videospiel videospielmusik ich bin da nicht hoch ich bin da ich auch mal was raus das ist einfach so dass ich die so wird sich war weniger ein abruppeln wenn ich jetzt die gesamte musik sammlung der reinschmeiße 16 sekunden finde ich finde ich okay oder korax was meinst du erzähl mal was bist du denn sonst so momentan privat oder ins streben meinst du wahrscheinlich ein stream also ein stream mein er spiel ich momentan war zwei slash aufbauend und ansonsten noch gas auf erschützt ist es ist ein epige mecker spiel und heißt es auf der fallen finde sie viel ist momentan passiert weil ich da die anderen teile erst auf meinen kanal hochladen möchte also auf meinem youtube kanal und pokémon pokémon gestalt das ist auch momentan passiert das spiel eigentlich mehr retro und sowas von daher und jrp gs und so kann korax übrigens auch der spiel normal ist eigentlich auch mehr zum beispiel und dann auch ein epige mecker spiele kaffende spinn ist aber vorbei das dürfte morgen oder so morgens und das glaube ich wieder dann auch fertig sein und spiel momentan zum beispiel kinder maz 1 mein kopf spiele ich halt nur wenn ich haben mit anderen zusammenspiele weil alleine kann es nicht kommentieren gut montans coaxes im mn mn ms kohle ist momentan ich im im scat drin hat bekommt ihr jetzt was also jetzt habe ich kein schwert mehr die sind irgendwie diesen gespawnt ich bräuchte ein schwert man mit schwert in der kiste haben wir nicht na stimmt aber nicht kommen und schiss und entschmissen tricks wie daneben bis seit hier ist noch eine torch ich hatte kugel muss ich mal wieder reinschauen ich kenne nämlich keine einzige ist das spiel aufgezählt hast ja die werden wahrscheinlich auch nicht dein genre sein denke ich mal das sind alles aufbauen ist ein japanisches rom spiel boss of ashes ist mir kann man das bescheid bezeichnen das ist ein augenrollen spiel aber das kannst du mit halt einfach nur dabei sind gehalten dass bg mekern 2003 gab system hat falls es auch der actionkampf system ist aber kein gutes spiel felses of death das ist trash und ansonsten kurz ist mein was ist mein sonst bekommst du daneben nicht voll also es mehr sonst bekommst du genau du brauchst nämlich bis die letzten beiden voll brauchst du brauchst 24 6 8 9 essens punkte voll damit du dich dich heilen kannst von daher er ist jetzt auch ich hab jetzt aber ich glaube bei mir das halbe herz da so ein creeper na dann brauche ich jetzt mal da nicht lang erstmal hier da guck mal der inner bis fertig dann kann ich euch mal passen wie kostet einfügen du bleibst mir fern du misst viel ich bin vieler von spiel offen ja was heißt wenn wir alle alle hatten von shooter spiel ist zwar auch am zumal aber nicht so gar nicht bin dann doch eher der typ der firma rpg spielt und wir haben kein essen mehr haben nicht wenn die millionen was na das habe ich auch ich habe noch ein halbes herz aber es ist schon mal ist schon mal befeuchtet die brauchen hat eine zeit bis zu wachsen glaube ich wissen eigentlich und daher war zwei bin ich also öfter bin ich gerade bei der hälfte bei gods of ashes bin ich ungefähr ich schätze bei 30 prozent oder so felsen vor derf keine ahnung das hat über 1000 mädels und noch mehr solle dauern vor allem findet sich hier bin ich noch ganz am anfang pokémon ist habe ich auch ganz am anfang aber naja und man kann auch spiele vorschlagen aber da ist momentan auch die liste mit 23 spielen schon relativ gut bestückt ich weiß nicht ob es so sinn macht sei es was zu requesten im spiel weil das würde erst ewig brauchen bis dass man dann kommt von daher warum ist man im teil nicht her habe ich das alles schon verbraucht ist zweck zurück das tue lemon hallo willkommen stream mein kraft zieht wieder die leute an gerade das würde mir auch das so gut ist oder ob das schlecht ist mein kraft spieler normal ist nicht so derbe und ich will erst mal hier erst mal kurz hier ist auch nicht immer mal hinstellen wo ich kann und dann werde ich mal kurz ein paar soundgequests einstellen kurz mal ich will immer kurz ein paar soundgequests einstellen doch bitte zufällig danke das ist nicht gut das ist ordentlich gut indonesia wissen das kann ich das googeln die informationen dann zeigen lassen ich mache mal kurz mein kraft hier klein also wenn du was in einem minecraft schreibst das sehe ich gerade nicht korax deswegen kurz in den stream schreiben ninja geiden 3 erwarte dann schreibe ich immer hier gibt so an stream lemon die song gequest sind momentan an du kannst mit ausrufezeichen es er kannst du wieder wie quest die gespielt werden sollen ist alles erlaubt aus irgendwelche rechts scheiß und so also irgendwelche lieder von rechten oder sowas und ja ja du musst genau du musst den youtube link dazu schreiben oder du kannst aber auch zum beispiel wenn ich das jetzt zum beispiel mal kurz illustriere pokémon 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 ja so genau kannst du auch du kannst auch mit griff eingeben dann sucht er auf youtube er sucht nach dem lied nach dem lied aber das funktioniert manchmal nicht so gut ist am besten am besten wenn du das selber suchst und dann den link nimmst damit er das rein macht